Der Film handelt von einem sehr sympathischen, auch ziemlich attraktiven, bescheidenen Elch. Also erstmal steht man da und denkt sich, ups, ein Elch ist groß. Unser Elch ist ja in erster Linie für die Interaktion mit den Schauspielern da. Ich kann nicht. So viel tun. Jetzt ist er auf seinem Elch weggeflogen. Anja, Tito... Untertitelung des ZDF, 2020